Ladies and Gentlemen, es geht weiter. Willkommen. Womit denn? Oh yeah, ich habe es jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Gestern. Und ja, warte mal, jetzt so ausweichen. Was zum Teufel soll das? Was denn? Moruk, du Fake Brad Pitt, kämpf doch. Kämpfe doch, du Asiate. Ich liebe Asiaten. Frauen, also Anime. Ich glaube, jeder weiß das jetzt. Langsam. Ah was, ich habe einen Punkt bekommen. Okay, es pausiert. Das ist mal gut. Das ist gut. Okay, dann, was soll ich verbessern? Also wir haben... Aha, okay, das haben wir schon. Überleben, Survival. Ja, was das? Erhalte Bonus PP, wenn du im Kampf bestimmte Trefferzählerwerte erreichst. Zehn Treffer, 25. Oha. Oh, natürlich das. Natürlich. Natürlich. Habe ich es genommen? Nein. Nimm, kauf. Ja. Ja, ja, ich will. Ah, super. Damit es schneller geht. Verdammt, Schlemmerzombies sind wirklich die schlimmsten. Oha. Abred. Die Zombies erledigen. Kein Ding, kein Ding. Also bekomme ich jetzt mehr Punkte, ne? Oha. Oha. Okay. So. Habe ich nur einen Punkt bekommen? Komisch bisschen. Uff. Uff, 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 uff. Ei, nicht so fest, Franky. Also ich finde, Jack würde ihm besser passen als Frank. Frank? Ist auch gut. Ja. Mag ich auch. Aber Jack? Jack ist gut. Richtig. Was haben wir da? Nimm es. Nimm, 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 nimm. Nein. Aha, er hat das genommen. Ah ja, genau, genau, genau. Das kann ich ja jetzt. Nein, kann ich nicht. Aha. Ah, okay. Gut. So, ich heile mich mal. Was ist das? So. Oha, was ist das gewesen? Riesengipfeli. Wisst ihr, was Gipfel ist? Wisst ihr nicht? Das ist das Coração. Ja, in der Schweiz gibt es sowas. Ist fein. Ah, mit dem... Guck mal. Nein, nicht das. Nimm mal das andere. Ah, ich kann das schießen. Ach, so ist das. Ah ja, genau. Ist doch so. Okay. Ähm, ja, was nun? Oha. Kann ich springen? Nein, nicht, nicht. Oh Gott. Er will runterspringen. Was für ein Haiwan? What animal? Du bist so ein Animal. Oh, Zombiehand. Okay. So. Interessant. Ah, da sind Waffen. Oha. Ich hätte das fast nicht gesehen. Oh. Oh. Was? Was ist das für eine... Gillette. Rasieren, Mann. So. Revolver. Oh, Machete. Weißt du was? Das mag ich nicht so. Wie kann... Kann ich das wegwerfen? Ja. Aber geht das nicht schneller? Ich weiß nicht. Wegwerfen. Ja. Ich muss ein bisschen draufdrücken. Draufbleiben. Dann geht's schon. Oh Gott, oh Gott. Leute, da unten sind ziemlich viele. Ähm, wünscht mir Glück. Inventar ist voll. Ja, lesen. Okay, jetzt geht's los. Oha. Oh. Oh. Oh, Geld. Okay. Das kann ich mitnehmen. Man kann alles mitnehmen, wie es aussieht. Okay, Muruk. Komm. Mit Brad reden. Okay, reden wir. Wir müssen uns verstecken. Vielleicht in dem Hotel da. Da. Drei Sterne maximal. Drei? Boah. Ich sollte mich mal gründlich umsehen. Okay, wir treffen uns beim Hotel. Also, ich will jetzt nichts gegen die... Hotels... ...schlecht reden, aber... ...wenn es unter fünf Sterne sind, dann... ...aufpassen. Ja. Wirklich. Oha. Oha. Also, wenn das mich nicht tötet, dann... ...was dann? Oha. Komm, komm, komm. What the fucker. Still. Ey, warte. Wie viele Punkte hat das überhaupt? Ich will das mal sehen. Zwei. Oh. Deswegen ist sie so scheiße. Beim Hotel treffen. Oh man, das gefällt mir nicht, diese Waffe. Still. Was? Aha. 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 Oha. Oha. Mit dem Messer ist geil. Wie viele Sternen hat das? Zwei. Das hat eins. Drei. Okay, zwei ist gut. Ja, Mann. Zwei Sterne, Baby. Ja, es geht's. Nicht gut, aber... Oha. Bloody Mary. Bloody Mary. Äh, ist voll geil, Leute. Wirklich. Es macht, äh... Es macht Spaß, Leute zu rasieren. Nein, das sind ja keine Menschen. Das sind Zombies. Glaube ich. Ich meine, ich kann ja nicht alle testen. Soll ich da Prüfungen machen? Impfungen machen? Soll ich da... Wie, äh... Zum Spital schicken? Und gucken dann... Ja, du bist echt, du bist nicht echt. Du bist echt, du bist nicht echt. Was ist das? Wisst ihr, was ich meine? Was ist das? Okay. Gillette, Gillette. Töte sie. Ja, meine Wache ist gleich kaputt. Oha. Oha, mit dem Zombie-Hand. War es schon kaputt? Oh, das ist geil. Das ist gut. Das ist gut, Baby. Ich will... Ich will 200, come on. Ich will 200. Hey, ich habe mega wenig Leben. Was ist los? Oha, ich brauche Essen. Oha. So. Komm. 50 pp. Ich habe einen Erfolg freigeschaltet. Glaube ich. Ja. Wieso? Wieso? Das ist mir nicht so wichtig. Jemand ruf mich. Warte doch, Mann. Ich bin am Arbeiten. Siehst du nicht? So. Schneid, schneid. Alles ab. Alles. Ich will nichts mehr sehen. Komm. Wie viele sind das alles? Wow. Schaffen wir 500? Hütte 1000. Oha. Okay. Ich habe keine Waffe mehr. Ja. Das wird interessant. Oha. Komm, komm, komm. Was ist das? Okay, 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 okay. Okay, nein. Ich muss... Nein. Ich hätte töten müssen. Oha. Oha. Was ist das? Aha, okay, 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 okay. Nein. Nein, ich hätte töten müssen. Scheiße. Ich habe gestern gespielt. Wieso lügst du? Wieso lügst du deine Zuschauer an? Ja, und ich habe schon Probleme, wie man sieht. Bisschen. Bitzeli. Ja, also ich hätte ein bisschen vorher spielen müssen. Aber mache ich nie. Doch, ich mache das ganz am Anfang, wenn das Spiel rauskommt. Spiele ich so 30, nein, nicht 30, aber so 15 Minuten höchstens. Jetzt ohne Scheiß, nur zum Schauen, wie die Steuerung und so läuft. Okay. Also so viel XP bekommt man auch nicht, ne? Was ist das für ein Scheiß-Wackel? Kann man blocken? Nein. Kann man? Was ist das? Kann ich das schießen? Ich habe es vergessen, ich glaube es einfach nicht. Ah, jetzt weiß ich. Nein, ich weiß es nicht. Okay, ich habe es geworfen, aber ich weiß nicht wie. Das ist auch gut. Scheißegal, ich überlebe sowieso. Das ist ein Mädchen, Mann. Geh mal sie retten. Heiraten, wollte ich sagen. Retten. Okay, wir gehen sie retten. Ja. Wo ist sie? Oh mein Gott, sie ist unten. Ah nein, sie ist da. Entscheide dich, wo bist du? Also das Blaue ist, ähm, Nebenmission. Ich liebe alles. Frankie Boy. Also das Spiel ist schon brutal krass. Also ich denke ab zwölf Jahren, ähm, ja, also wenn ich Vater wäre, ab zwölf Jahren würde ich das machen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich will nicht sterben. Alter, nein, scheiße, das ist nicht gut. Warte, Mann, hier, gibt es hier nichts, was zu futtern? Was zum futtern? Oh, Baseball. Oh, mag ich. Ich will nicht sterben. Ja, niemand will, aber man kann nicht alles haben. Ich will auch nicht sterben, aber was willst du machen? So ist das Leben halt. Man lebt, man stirbt. Fiskler, helfe! Ja, und wer soll mir helfen? Wenn ich, äh, fragen darf? Oh, Messer. Fiskler, helfe! Nein, warte mal, oh nein, ist so, es ist echt schwer. Kombo, also das muss ich mal, ich muss mal reinkommen mit dem. Wie kann, wie kann ich die Sachen einfach so wegwerfen? Das, also das würde ich auch gerne wissen, so, ne? Ähm, was ist das? Okay, ja. Ich bin immer noch, ich bin immer noch am Schauen, weil, ey, stelle ich mich. Vielleicht das, nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. Oha, scheiße, oh mein Gott, ich bin tot. Nein. Ich bin tot? Wie kann das passieren, sowas? Ja, Leute, seht ihr, auch die Besten sterben. Nein, aber, jetzt ohne Scheiß, wie kann sowas sein? Wie kann das sein? Fuck. Okay. Ich will, ich will wissen, wie man, ohne dass man ins Inventar reingeht, dass man Waffen weg, fallen lassen kann. Ja, das ist scheiße. Guck mal, wo ich anfange. Alter, du darfst, du darfst, du darfst, du darfst nie wieder sterben, hast du gehört? Hey, wofür mich an? Oh mein Gott, oh mein Gott. Niemand, niemand will das sehen jetzt. Leute, wollt ihr das sehen, wie ich verrecke? Ich meine, es ist schon interessant, ich kann gut verrecken. Ja, ich kann gut, ich kann mich gut töten lassen, so. Scheiße, Alter. Genau, ich brauche, jetzt weiß ich es wieder. Ich brauche, was brauchst du? Warte. Ich brauche, oh mein Gott, was ist das? Kann ich das anziehen? Nein, nicht das. Ja, ich denke, man kann das später mal anziehen und so. Guck das an. Oh, Zombie. Kann ich das werfen? Nein, kann man nicht. Das kann man doch. Es kann doch nicht sein, dass man das nicht werfen kann. Was ist das? Ich glaube es einfach nicht, was ich da jetzt mache. Ich bin am Schauen, wie man, wie man die Waffen fallen lässt, ohne dass man in den Inventar geht. Was ist das, Alter? Ich bin nicht, ich bin, ich bin nicht normal, ey. Okay, ich glaube, wir sind sowieso ver... Also, vielleicht gibt es hier Baupläne. Oh, genau. Vielleicht auch nicht. Zum Glück hat man keinen Zeitdruck. Habe ich gelesen. Ja, bei den Bewertungen. Habe ich gelesen, es gibt keinen Zeitdruck. Ich hoffe, das bleibt so. Weil ich bin gerade beschäftigt. Gib ihm! So wenige. Ich muss mein Leben auch verbessern. Aber wisst ihr, was geil ist? Wisst ihr, was geil ist? Also, frag mich. Frag, 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 frag. Was ist geil? Frag. Okay, ich kann es euch sagen. Ich denke, ich frag mich jetzt. Was ist geil? Das Geile ist, wenn man stirbt, auch wenn man stirbt, man, die XP, wo man bekommt, die kannst du behalten, wie es aussieht. Das finde ich gut. So etwas, ne? Also, ja, also, genau. Ja, das ist super, ne? Das ist, das ist wonderful. Was ist das? Oh, Kochmesser. Ich liebe Kochmesser. Das ist genau mein Stil. Pizza. Nein. Doch. Doch, doch. Okay. Pizza. Wie geht's? Stirb. Stirb. Oha. Wieso macht das so wenig Schaden? Was ist das? Okay. Flüssiger Stickstoff. Aha. Kann man... Ja, tut mir leid. Vielleicht wird dieser Part nicht so... Aber ich bin halt ein bisschen am Schauen. Oha. Was ist das? Mann. Mann, willst du mich hier ersticken? Du Schadermutter. Neun Level erreicht. Hehe. Normal. Habe ich uns sonst verbessert. So, mal gucken. Was können wir da... Was können wir verbessern? Ähm, Fertigkeitspunkte. Prügeln. Ja. Überlegen. So, hier. Was ist das? Guck mal, Level 15. Erhöht die Dauer, bevor der Trefferzähler zurückgesetzt wird. Erhöht die Dauer? Das war gut. Ja. Okay, was ist das? Es besteht nun die Chance, dass beim Zerstören von Objekten in der Spielwelt Schrot vergelassen wird. Aha. Erhöht die Nahrungsmittelinventar. Ah, das ist auch gut. Dann kann ich drei mitnehmen. Beim Bauen von Kombi-Gegenständen besteht die Chance, dass Schrott erzeugt wird. Ja, für was brauche ich Schrott? Was ist das? Erhöht die Geschwindigkeit und die Effektivität von Schleichen ist sowieso, war nie mein Stil. Schießen auch nicht. Was soll ich nehmen? Was haben wir da? Ja. Ja. Gesundheit. Ne? Stimmt's? Schaltet bei sehr niedriger Gesundheit langsame Gesundheitsregenerationsfrei. Wenn du dich nicht im Kampf befindest, aber dann erhöht die Gesamtausdauer, erhöht die maximale Gesundheit, verbessert Bewegungsgeschwindigkeit, erhöht die Heilungsrate. Also alles. Man braucht alles eigentlich. So krass. Ähm. Schaden. Akkampfwaffen. Okay. Das sind die Schaden. Und was ist das? Erhöht die Haltbarkeit aller Fahrzeuge leicht. Erhöht die Wirkung von... Aha. Was ist das? Wirkung von Defensivkicks. Ne. Wisst ihr was? Ganz klar. Wir machen das. Leben. Schaltet bei sehr niedriger Gesundheit. Langsam. Ja. Langsam, aber sicher. Wie die Vogelspinne. So. Do it. Habe ich noch einen Punkt? Ja. Vielleicht schaffen wir ja maximal Level. Was meint ihr? Okay. Was habe ich da? Aber was ich... Was ich... Leute. Wisst ihr was ich scheiße finde? Das Spiel gefällt mir wirklich. Also wirklich. Es gefällt mir. Nur was mir nicht so gut gefällt... Boah. Essen. Was mir nicht so gut gefällt bis jetzt ist... Laterne. Okay. Laternen einstellen. Oh. Ich will das nicht. Also was mir nicht so gut gefällt... Definitiv ist, dass man die Waffen... Also die Sachen halt... Einfach... Man kann sie nicht fallen lassen. Ohne dass man hier so... Ins Inventar reingeht. Das finde ich so... Ein bisschen... Ja. Aber sonst... Wir müssen uns verstecken. Vielleicht in dem Hotel. Hammer. Sonst finde ich es gut. Geiles Spiel. Sehr witzig, du Kasper. Ich sollte mich mal gründlich umsehen. Okay. Wir treffen uns beim Hotel. Okay. Hey, überall Pasta und Italienisch. Wie soll man da nicht zunehmen? Nein, jetzt ohne Scheiß. Wie soll ich da... meinen Sixpack... Sixpack bekommen? Nicht essen? Und dann soll ich leben, ne? Ja. Ja. Das ist... Ganz, ganz einfach. Wenn man das so sagt. Einfach gesagt. Also Baupläne. Wir brauchen... Oha. Mach, mach, mach. Genau. So, jetzt... Jetzt habe ich es ein bisschen wieder. Oha. Er macht Kopfnuss. Er macht Headnet. So. Gib ihm. Bloody Mary. Nein. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Komm. Sind schon alle tot. Nein. Da. Ah fuck. Wieso... Willst du nicht verrecken? Okay. Ladies and Gentlemen. Mama Supino. Oha. So. Heilen. Super. Er nimmt Super mit. Nimm Pasta. Was nimmst du? Super. Oh, das ist glaube ich was Gutes. Drei Sterne. Zwei. Eins. Okay. Weg. Streitkolben. Wie viele? Drei Sterne. Also die Haltbarkeit könnte auch ein bisschen mehr sein, oder? Also... Ist schon ein bisschen... Wenig. Schlagring. Aha. 98. 92. Okay. Kochmesser finde ich geil, aber... Ich denke Schlagring. Ja. Ich denke... Egal. Die sind beide gleich. So. Okay. Gehen wir mal... Versuchen wir mal die Frau zu retten. Ich wollte jetzt etwas anderes sagen, aber zum Glück habe ich es nicht gesagt. Ab und zu... Es ist nicht einfach. Wisst ihr? Also... Man denkt... Man ist für sich alleine. Dabei... Du bist am... Stream. Oder du bist am Stream. Du kannst nicht so reden, wie du willst. Es gibt Leute, die jünger sind. Ja. Du musst... Gucken. So ein bisschen... Bisschen... Ja. Man muss nicht voll... Ein Vorbild sein, aber schon ein bisschen halt anständig reden. Begegnung in der Nähe. So. Jetzt kann ich mal Fotos... Ey, ich habe kein Foto gemacht in diesem Part. Oh mein Gott. Wie kann das sein? Kann sowas sein. Stirb. Bingo. Sie freut sich. Warte, Süße. Ich habe dich noch nicht gerettet. Wo steckst du? Ich nehme die Abkürzung. Okay. Komm. Komm, komm. Okay. In diesem Part müssen wir das noch schaffen. Oh mein Gott. 21 Minuten habe ich schon. Oh. Oh. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Oh. Okay. Komm, komm, komm. Gib ihm. So. 52. Ja man. Das ist gut. Ja. Im nächsten Part. Ich verspreche. Ich verspreche es euch. Ja. Ich verspreche es euch. Im nächsten Part werde ich nicht so viel herumlesen. Doch herumlesen werde ich. Ich meine. Damit ich jetzt weiß was was ist. Aber. Auf jeden Fall werde ich. Ähm. Was werde ich. Nicht die ganze Zeit die Steuerung anschauen und so. Ja. Ich werde. Hoffen dass es geht. Das ist klar. Ohne Probleme. So Leute. Es. Machen wir hier Schluss. Danke dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns. In der Hölle. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.